So, perfekt. Ab nach oben. Ja, hier mit diesen kombinierten Wettern wieder. Mehrzahl von Wetter auch. Stimmt. Das ist auch so ein Wort, wovon es keine Mehrzahl gibt. Okay, wie auch immer, gute Nacht. Guten Morgen. Und, äh, ja, was machen wir dann jetzt? Wollen wir auf Entdeckungsreise gehen? Könnten wir, ne? Nach diesem wunderbaren Abenteuer, was wir gerade erlebt haben. Habe ich da richtig Bock drauf? Ne, aber, ähm, ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf den letzten Blutstein. Bin ich ehrlich? Denn, ich will nochmal nachschauen. Wir hatten doch... Ach ja, das hier kann wieder weg. So. Und das schmeiße ich hier einfach auch mal mit aufs Blutloch, ne? So. Hm, denn, ich wollte nochmal gucken, Schmuck. Ja, wir haben vier. Und uns zählen nur noch fünf. Vier für Dundre und ein für Drünwin. Sehr gut. Ja, ich habe richtig Bock, das jetzt, äh, zu Ende zu führen. Ganz ehrlich. Also, würde ich sagen, wir waren... Unten hatten wir eins, ne? Das, was vor dem Ding entstand. Hier vorm Skelett. Asquinskelett. Das war A. Richtig. Hm, vorbereiten. Was brauchen wir? Ich nehme nochmal ein Zehner Holz mit. Für den Fall, dass die Workbench zerstört wurde. So. Und so. Und dann schmeiße ich das hier drauf. Und außerdem, wenn es Nacht wird, müssten wir auch wieder auf Asquenjagd gehen, ne? Aber erstmal würde ich sagen, wir forcieren das mit dem Blutstein. Definitiv. So, here we are. Ja. Hier haben wir auf jeden Fall eine Festung entdeckt. Und das war auch die, die wir als letztes zerstört hatten. Wo wir so krampfhaft auch versucht hatten, die Dinger wegzureißen, ne? War das nicht das? Den Bronzenadeln? Da hinten, ne? Mann, war das ein Chaos schon wieder. Ach ja, da mit der Treppe. Oh nein. Nein. Aber erstmal müssten wir sowieso eine Festung finden. Da wir hier sind, würde ich schon eher nach Norden tendieren. Oder wir gehen hier so lang. Weil hatten wir hier nicht auch ein Portal? Ja, ne? Unser Reiseportal ist hier, glaube ich. Könnte noch so gehen. Und das mache ich auch. Und ich glaube, die Sachen lasse ich alle hier so, wie sie sind. Ne? Haben wir hier theoretisch ein weiteres Notportal, ne? Die sollte ich umbenennen dann. Oder? Oder ich lasse es hier stehen und reiße es weg. Wenn, also, lasse dieses hier zwar stehen, aber das Gegenstück bei uns in der Base reiße ich weg. Dann haben wir jetzt 20 Edelholz verbraucht. Was soll's. Das ist deutlich angenehmer, als wenn ich das hier wegreiße für die 20 Edelholz und das hier hinten irgendwo hinschleppe. Ganz ehrlich. Da baue ich lieber wieder ein paar Eichen an und wir stocken unser Edelholz wieder auf. So, da will ich nicht lang, wenn da ein Spawner ist. Hier komme ich nicht lang. Da ist überall Laber. Was ist auf der Seite? Ich gucke mal mit diesem Bogen da. Hilft der uns weiter? Da hinten sieht's aus, als ob's weitergeht. Hier ist aber auf jeden Fall eine ganze Menge los. Aber ich ignoriere die einfach. Oder? Ja, ich ignoriere die. Let's go. So. Run, run, run. Und rüber gejumpt. So, und dann gehen wir mal... Oh, hier ist ja gar nichts generiert. Ja, dann muss ich ja nach Norden. Ja, ich weiß. Wir werden gerade massivst verfolgt. Aber ich glaube, wenn ich schnell genug renne, dann lassen die von uns ab. Ich könnte mir außerdem mal die Nahrung ballern. Oh, oh. Da packe ich mal so hin. Ich hab schon wieder kein Portal mitgenommen, ne? Stimmt. Ich nehm das A-Portal mit. Ich narr... So mach ich's. Ja. Ich nehm das A-Portal mit. Also nochmal zurück. Wir sind ja Gott sei Dank noch nicht so weit gerannt. Das A-Portal haben wir außerdem auch gar nicht eingetragen, ne? Oh. Ja, wie schild. So. Da hat mich noch nicht einer getroffen. Aber das dauert wahrscheinlich nicht lang. Ja. Da war der erste Treffer. Zweiter. Ich lauf einfach weg. So. Hier bin ich hier rübergekommen. Oh, oh. Hier bin ich rübergekommen, ne? Oh, oh. Hui. Oh, oh, oh. Hier sind aber ganz schön viele. Tschüss. Aha. Wuch. Oh, ne. Da war auch noch eine von denen. Ja, come on. Ja, Gott sei Dank ist unsere Leiche hier vorne direkt. Ja, das tut mir leid. Das hätte ich jetzt gerade Koordinator machen können. Ja, sorry. Äh, das war jetzt ein bisschen chaotisch. Wir müssen kurz, wir können wahrscheinlich noch nicht pennen, ne? Ne. Na gut. Ähm, unsere Leiche liegt ja Gott sei Dank direkt vor der Mauer. Na klar, ich muss das Portal mitnehmen. Sonst wird das ja nix. Weil, wenn ich eine Festung finde, dann wäre das ja irgendwo eine Pampa. Und warum sollte ich dann die 20 Edelholz zurücklassen? Natürlich ist es so, dass wenn wir jetzt sterben würden, haben wir kein Notportal, ne? Das war eigentlich der Grund, weswegen ich es da lassen wollte. Aber, mhm, eher nicht wahr. So, warte mal. Ich nehme mal hier fünf, weil die waren leer. Die packe ich mal hier hin, damit es easy going sich stackt. Dann zack, zack. Oh oh, Krustenpasteten. Wenn ich nach jedem Tote meiner Krustenpastete esse, dann sind die, ist ja auch kein Wunder, dass die so schnell weg sind, ne? Ach ja, A war's. Moment. Da müssen wir hier runter. Und hier durch. So, naja gut. Das, äh, ging ja jetzt recht schnell. Ich weiß, wir müssen natürlich das Portal mitnehmen, aber erstmal brauche ich meine Sachen, um den Hammer wieder zu haben. Sie sehen mich nicht. Gott sei Dank. Wenn ich hier runterjumpe, sterbe ich ja nicht, oder? Ich hoffe nicht. Oh. Hm. Nein. Huch. Oh. Ich glaube, das war ungefähr die Höhe, mit der wir auch gleich fallen werden. Ich glaube, das geht. Ja, shit. Federumhang. Da habe ich nicht dran gedacht. Außerdem sollte ich, glaube ich, auch nicht so viel hier rumrennen, ne? Ich probiere mal. Nein. Wow. Oh oh. Oh oh. Ja, das wird nix. Oh mein Gott. Das wird sowas von gar nix. Scheiße. Wo ist mein Turm? Ja, dann sterbe ich jetzt nochmal. Wo habe ich denn meinen Turm hingestellt? Hä? Das habe ich jetzt nicht geschnallt. Wo habe ich denn den Belagerungsturm gehabt? Irgendwie muss ich doch in die Festung gekommen sein. Ja. Gut. Sprechen wir nicht drüber, ne? Vielleicht sollte ich doch einen Federumhang anziehen. Aber ich glaube, ich nehme auch den Hammer mit und nehme gleich das Portal mit und dann haue ich da einfach direkt ab. Weil das hat mich gerade schon irgendwie Hä? Wo war denn unser Turm? Der war doch auf der Seite, wo nicht die Lava war. Das hat mich gerade wirklich gewundert, weil ich war mir ziemlich sicher, dass ich genau zu der Stelle laufe, wo wir uns retten können. Und dann hinge ich da. So, den Hammer bitte. Nur den Hammer. Na komm. So. Und jetzt schon wieder aus Dauer Food. Hm. Hm. Naja gut, komm. Was soll's. Und hier nehme ich mir auch mal einen raus. Und den packe ich auf die 5. Und dann nehme ich direkt das Portal nicht mit. Warte mal, wenn ich das Portal mitnehme, dann muss ich ja erst mal mich um die hier kümmern. Ja. Stimmt. Ich muss jetzt erst mal das Gebiet sichern. Also nehme ich den Federumhang, nehme ich die alter gewobene Robe. Na komm. Hose. Kapuze. So. Zack. Das kann weg. Zack, zack, zack. So. Gut. Dann muss ich mich ja doch erst drum kümmern. Dann baller ich mal den Spawner da weg und die ganzen Viechers. Weil anders geht's ja nicht. Wir müssen zum A-Portal. Das ist unten. Na gut. Dann halt so rum. Hab ich aber ehrlich gesagt auch grad schon fast mitgerechnet. Weil, äh, da nackt hinzurennen, wenn da so viele Feinde sind, das war schon sehr wagemutig von mir. Na gut. Erstmal den Spawner kaputt. So. Hätte ich direkt machen sollen, ne? Direkt. Von Anfang an. Gut. Hinterher ist man immer schlauer. Hätte, hätte, Fahrradkette. Sagt man ja auch dazu. So. Feierabend. Und jetzt seid ihr dran. Erstmal mache ich das Ding hier vorne kaputt. So. Und dann mache ich euch kaputt. Ja, sammelt euch schön. Dann kann ich schön AOE-Damash machen. So. Wir brüllen hier so. Das sind die Untoten, oder? Nein, das ist sie. Ah. Ach Mann. Come on. Ah. Ja, die Ashlands wollen mich schon wieder richtig provozieren. Kann das sein? Die wollen schon wieder so richtig, so, so. Na? Na? Bock auf die Ashlands? Hm? Oder? Manchmal habe ich das Gefühl, die machen das mit Absicht. Stamm des Eises, so. Oh Mann. Hm. Das Ascherholz schmeißen wir einfach hier mit auf den Bluthaufen. So. Und jetzt müssen wir uns gut wappnen. Ich nehme Edelholz mit. Wir haben gelernt. Edelholz. 20 Stück. Wir nehmen Holz mit. 10 Stück. So. Und die anderen Sachen können nicht verbrennen. Gut. Und dann gehen wir rein. Energieschild. Feuerdingens. Auf jeden Fall. Feuermet. Ausdauermet nehme ich mir auch hier hin. Davon nehme ich mir noch einen zweiten. Und davon auch. So. Ich glaube nicht, dass wir zwei brauchen, aber wer weiß. Und dann let's go. Wenn sie vielleicht sogar weg ist, ich glaube aber nicht. Ne, ich höre sie noch. Sie ist hier, glaube ich, irgendwo in der Nähe. Das heißt, sie hat uns auch getargetet. Jo. Da ist sie. Da. Ja, ja. Brüll, brüll, Alter. Moment, du bist hier der King. Oder die Queen. Ich bin hier der King. Okay. Weil wir wissen, dass man der King ist. Was soll denn das? Was hat man dafür übelste Minderwertigkeitskomplexe? Wow. Ach so. Die Wand brennt. Huch. Oh. Zwei gingen leider daneben. Aber was soll's? Verdammt. Ist aber auch sehr flink, das Vieh. Aber gut. So, mit diesem Kreisrennen funktioniert es ja zum Glück. solange er seine Nahkampffähigkeiten nicht macht, bricht ja auch die Wand hier nicht ein. So. So. Sehr gut. Das nimmt hier fort. Also, es macht hier Fortschritte. Er hat nämlich einmal getroffen. Sie. Nein, daneben. Komm schon. Sehr gut. Da, die Workbench, ne? Als hätte ich's geahnt. So. Jetzt ist die Workbench auch kaputt. Und vor allem ist sie kaputt. Gibt man das Holz her, bevor es verbrennt. Aber selbst wenn es verbrennen würde, haben wir es schon vorbereitet. Und das Portal ist schon kaputt, ne? Ne, doch nicht. Gut. Hier, komm. Hier rein. Und dann 10. Hier rein. Und das Ding ist, ich muss ja jetzt erst mich um die Feinde kümmern. Ne? Weil, wenn ich jetzt sterbe, wieder, dann, äh, sind wir ja ewig weit weg, ne? Das heißt, ich muss hier erstmal aufräumen. So. So. Bombardement. Jo, ich balle einfach mal. Keine Ahnung. Hauptsache, es ist sicherer, als es jetzt ist. So. Nach hier unten. Wie kochendes Pech. So. Gut. Energieschild. Ja. Das kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln. Überlegt halt, wie wir das beschleunigen können. Da denke ich natürlich an unseren Wurzelstab, aber der liegt da. Oder da. Weiß ich nicht. Eins von beiden. Ich könnte theoretisch wagen, jetzt runter zu gehen, weil unser Notportal da ja noch ist, aber keine Ahnung. Und wo war eigentlich unser Turm? Ach, da ist der Turm. Ich bin genau auf der falschen Seite gewesen, eben gerade. Ich bin gewundert. So, könnt ihr jetzt mal endlich sterben. Ihr nervt. Ich bin mein Stuff. Stuff vor allem. Also starb, meine ich. So, und da hinten nochmal hin. Bam! Verdammt, daneben. Was war ein Headshot? Schade, dass er keinen extra Schaden macht. So, kann er sterben, weil er verbrennt. Das wäre super. Nein! Dreist! So, tschüss. Ja, keine Ahnung. Das ist hier gerade ein bisschen boring, aber ich will auch irgendwie gerne ein bisschen vorbereiteter sein als eben gerade. So, das hat drei getroffen. So. Ja, den Rest mache ich mit Frost, ne? So. Primitive Stuff. Laufen wir hier hin. Ah, wir haben den Wurzelstab. Sehr gut. Dann nutze ich den auch gleich. Was ist denn hier los? Was ist denn da explodiert? Gerade. Nichts, ne? Das waren meine Wurzeln, glaube ich. Gut. Tschüss! So. Und du stirbst auch noch. Na, warte. Komm her. Na gut. Jetzt ist er eingefroren. Das hat er keinen Bock mehr. Tschüss! So, dann den Stuff auch noch. Alles nehmen. Achso. Ja, dann mache ich mir eine Zehner so. Und das hier. Gut. Dann können wir hier die Schandflecke entfernen. Und ich gehe nochmal zurück und hole jetzt endlich das Portal. Beziehungsweise bringe erstmal die Loot weg. Wobei ich mittlerweile glaube, das hat jetzt schon wieder alles so viel Zeit gefressen. Dass wir getrost nochmal pennen gehen können. Komm ich hier vor. Oh, hab ich mich verjagt, Alter. Komm ich hier vorbei, ja, ne? Komm ich hier vorbei, ja, ne? Nein, ich bin weg. Tschüss. So. Und hier ums Eck. Und Wurzeln. Und Energie-Schild. Oh, der hat sogar einen Stern. Aua! Shit! Nein! Es ist genau dann gejumpt, als ich... Oh, Mann! Es reicht's aber mal mit Sternen. Verdammt. Äh. Motivations-Level. Wo bist du? Okay. Äh. Ich geh mal... Ich geh mal schlafen, ne? Gute Nacht. So. Guten Morgen. Ich geh da mal runter, ne? Und hol mir das Essen. Ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. So sind die Ashlets nun mal. Das wissen wir doch mittlerweile. Also, zur Essenskiste. Noch mehr von dem wertvollen Food weg. Na, woher? Okay, ich höre schon auf mit meinem Pessimismus. So. Aber die... Ach, ne. Das war bei A. Aber die Sachen liegen ja Gott sei Dank direkt wieder vor dem Dings. Und der Ashwin hat sich bestimmt mittlerweile verzogen. Das hoffe ich für ihn. So. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal nach oben und holen uns nochmal unsere Sachen zurück. Wenn der Ashwin da weg ist, immerhin. Wenn er da nicht weg ist, dann kein Plan. Das ist ein Stein. Keine Ahnung, wo der Ashwin ist. Ich, äh... Jump mal rüber und let's go. Zack. Und schnell die Klamotter an. Da kommt schon ein Feind. Ist das der Ashwin? Ist der echt gestorben? Willst du mich eigentlich verarschen? Der ist echt noch gestorben. Ich spiele mich doch... Ärgern! Mann! Ey. Das macht es mir aber auch wirklich nicht leicht, ne? Die Continent auszubewahren. Gut. Ähm. Ja. Was soll's. Rollen wollte ich eben gerade ja auch einfach nur... zu unserem Turm und wieder hoch, ne? Zu unserem Belagerungsturm. Und allein da sind wir schon wieder gestorben. Kann ich jetzt bitte nach Hause? Bitte, lieber Gott. Also, ich glaube zwar nicht an Gott, aber... Ich bete trotzdem. So, da sind wieder Aspins. Da ist der mit Stern, der uns umgebracht hat. Dann wäre ich mal gleich hier oben raufgegangen. Ich narr... Ich narr... Gut. Höh? Höhöhöh? Wer schiebt den hoch? Oh oh. Der könnte mich nicht treffen, ne? Schnell, klopft ihn dir weg. Da, das meine ich. Der hat mich sogar getroffen. Dra! Heißt! Okay. Energieschild. So, und jetzt haut er schön drauf. Oh 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 oh. Immer dieser übelste Kontrast zwischen... Wir sind extrem weak und einfach ein One-Shot. Und wir sind so OP, dass wir einfach... Keine Ahnung. Schon echt sehr interessant. Ja, aber den Stacheln. Ich erinnere mich. Ich gehe mal hier so. So. Und hinüber. Gut. Dann bringe ich mal die Sachen weg. So. Hier rüber gerannt. Und... Dann das, das, das... Das, das... Ich habe jetzt die 20 Holz weggepackt. War das klug? Nein, weil... Die muss ich gleich holen, ne? Ja, die muss ich gleich holen. Weil ich glaube, die eine Workbench ist nämlich kaputt gegangen. So. Und entsprechend... Müssen wir sie natürlich wieder aufbauen. Außerdem haben unsere Stäbe schon wieder enorm gelitten. Also repariere ich sie nochmal. So. Und ich gehe doch nochmal zu dem Holz hier. Ich glaube, Alex, wir brauchen nicht 20. Ich nehme mal nur 10 mit. Und dann gehen wir wieder zurück. Und dann nehmen wir das Portal mit, oder? Oder soll ich es da lieber lassen? Ich nehme es mit. Ja. Ich nehme es einfach mit. Komm. Was soll's. Erforderliche Handwerkschütze fehlt. Ach ja. Genau. So. So. Und hier war auch noch Zeugs drin. Das nehme ich auch noch mit. Gut. Und dann gehen wir Richtung Norden. Und jetzt vorsichtig sein. Also natürlich war ich das vorher auch. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Weil wenn wir jetzt sterben, haben wir kein Portal, wo wir mal eben kurz wieder herkommen können. Hier ist überall Lava. Da könnten wir rumgehen. Hier weiß ich nicht, ob wir über die Ruinen kommen. Hier kommen wir nicht hin. Das könnte sein, dass wir über die Dächer rüberkommen, ne? Mal was probieren. Nee, das wird zu viel Lava. Nee. Das wird zu heikel. Wir gehen da lang. Und da kommen erst ein paar Feinde. Da kümmere ich mich jetzt ein nach dem anderen um die. So. Machen wir uns hier so einen Blumenstrauß, der in alle Richtungen kloppt. Na los, komm hierher. Trau dich. Nee, komm ruhig hier näher. Bamm! So, und das du nochmal. Ja, toll. Schön hin und her gekloppt. Und Bamm! Spiel die Tennis mit ihm. Das ist natürlich auch dreist. So, hier lang. Ja, da muss ich über die Lava jumpen. Vorsicht. Asquin. Da gehe ich auf den Stein hier. So. Na los, hoch da. Sieben. Hoch, hoch, hoch. Und zack. So, und egal wo der Spiel ist, kommt da, kommt da. Kann ich dann entsprechend hier die Wurzeln draufballern. So. Okay, das war nicht geplant. Ups. Nein, nicht schon wieder. Och, come on. Immer sind es die. Da war noch ein Asquill. Kann das sein? Zwei. Es sind zwei Asquills. Natürlich sind es zwei. Ich laufe mal weg. und mache F. Lauf! Und mache Oh nein, da war noch einer. Scheiße, ich sterbe doch wieder. Ich sterbe doch wieder. Ja. Nein, 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 nein. Oh, tschüss. Das war's. Gut. Ähm, ja, ich cutte das jetzt einfach, ne? Das ist jetzt echt so blöd. Sorry. Ich schneide das jetzt einfach zusammen. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Und, äh, es ist auch mittlerweile Nacht. Und wir müssen hindurch. Oh Mann, so langsam habe ich das Gefühl, Maria hatte recht. Sie sagte, geh nicht in die Ashlands, wenn du nicht Level so und so bist. Auf deinen, äh, also, mit deiner Magie. Äh, denn sonst bist du zu schwach und machst einfach keinen Schaden und stirbst dann dauernd. Ich glaube, da ist was dran. Aber wenn ich immer nur dann hingehen würde, wenn wir stark genug sind, würde ich ja nie hingehen. Bin ich mal ehrlich. Weil, da sterben wir einmal und dann können wir wieder drei Aufnahmen lang nicht in die Ashlands. Nö. Moment. So. Und so. Und so. Gut. Holz und Edelholz lasse ich jetzt mal in der Tasche. Aus Prinzip. Und, äh, dann würde ich sagen, wir schmeißen uns mal eine Puffe. Also, gute Nacht. Guten Morgen. Und dann gehen wir direkt weiter, wa? Ich will unbedingt eine Festung finden. So schnell wie es geht. Oh nee, es regnet grad. Wenn wir jetzt durchs Portal gehen. Ach ja. Ich habe nur das eine Food gegessen, das andere muss ich... Hä? Wieso hat der gespeichert? Ich habe gerade im Menü gespeichert. Hä? Das mache ich immer mit Absicht, während er schläft. Dann öffne ich das Menü und drücke auf Speichern, damit er es nicht macht, während es läuft. Hä? Trotzdem hat er gerade nochmal gespeichert. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Hm. Gut. Wie dem auch sei. Hm. Wir haben, glaube ich, soweit alles. Ne? Hier, die Nothölzer nehme ich mal mit. Die stacken sich ja ohnehin. Und ich würde sagen... Ach ja, A war ja unten. Dann machen wir uns wieder auf den Weg. Oder? Ich will unbedingt eine Festung finden. Hmm? Mhm. Mhm. Untertitelung des ZDF, 2020